Es spielten sich einst ein paar Zwerge mit Open Data in den Bergen. Sie entdeckten leichtes zu erraten Goldjuwelen und auch Dukaten. Als sie dann schlüpften, noch ganz lau, da kam der Riese vom TV. Die Zwerge waren darauf verwundert. Warum der Schatz wird so bewundert? Schließlich war das Gold im Berg. Der ganzen Menschheit offen erb.